Ja und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu dem nächsten Übersichtsvideo der Rhein-Ruhrkarte. Es tut mir furchtbar leid, dass so lang kein Video kam. Das lag einerseits natürlich auch an der Operation, die ich am 16. April hatte und daraufhin vier Wochen lang sozusagen entschädigt war oder beschädigt, kann man auch sagen, dass es mir nicht gereicht hat, Videos aufzunehmen. Ich habe auch wenig an den Maps oder an der Map besser gesagt weitergespielt. Es hat einfach die Zeit gefehlt. Ich habe mich ausruhen müssen und ja, mittlerweile ist einiges passiert. Ich habe mir gerade eben extra nochmal das letzte Infovideo angeschaut. Das ist nämlich vom Wochenende vor der OP und da wurde gerade erst Dortmund gebaut oder besser gesagt Dortmund vorgestellt und das ist in meinen Gedanken ist das schon ewig her. Deshalb hoffe ich, dass ich jetzt alles mit ins Video packen kann. Ansonsten, wer die Livestreams verfolgt, schaltet da auch gerne mal rein. Da seht ihr dann immer nämlich ein paar Mitfahrtvideos oder auch der aktuelle Stand. Ihr seht, wie ich an der Map baue. Wen es interessiert, kann da dann auch wirklich gerne mal reinschauen. Ja, vom letzten Stream haben wir Düsseldorf Hauptbahnhof etwas ausdekoriert. Wir haben hier das nachgestellte Parkhaus mit den modernen Wohnhäusern. Da habe ich mir, wie gesagt, die haben einfach am besten dazu gepasst. Ein Parkhaus so wirklich in der Größe gibt es nicht als Mod, also muss irgendwas her, was etwas so aussieht. Dann habe ich ein bisschen die Strecken verschönert, dass wenn man eine Mitfahrt macht, dass das ganze Dach doch dann schon ziemlich gut aussieht. Wie gesagt, ob ich später wirklich auch den Stadtinnenkern ausdekoriere oder wirklich nur entlang der Strecken, das ist immer noch offen. Das kann ich euch vielleicht irgendwann mal später sagen, wenn ich mich dazu entschlossen habe. Ja, hier im westlichen Teil ist leider noch nichts entstanden, weil da die Zeit dann dann auch schon leider vorbei war. Aber hier so im nordöstlichen Teil sieht es dann doch schon etwas bebaut aus. Wir haben hier die Autozugstation, da wollte ich noch die unsichtbaren Straßen reinmachen und damit wir später auch hier einen Verkehr haben. Das würde mich dann doch schon sehr freuen. Was sehr viel Arbeit gekostet hat, waren diese Tunnel unter den Gleisen durchzuziehen. Denn einerseits sind wir hier, haben wir schon ein versenktes Gleis. Andererseits wollten die Tunnel nicht so, wie ich wollte. Also das hat ja schon ein bisschen Zeit gedauert. Das hat mich selber ein bisschen angekotzt. Hier haben wir das alte Gebäude der Deutschen Post. Da sind wir dann auch an Ostern diesen Jahres vorbeigelaufen. Wir haben ja einen Kurzbesuch in Düsseldorf gemacht, zusammen mit meiner Freundin. Das war recht ansehbar, muss ich sagen, ja. Und da kann ich euch sagen, dass wir falsch gelaufen sind. Und zwar wollten wir zum Bahnhof. Da fehlt hier noch die eine Straße. Haben dann aber mal grob gesagt, okay, es geht in die Richtung und standen dann hier plötzlich bei der Firma auf dem Hof. Und dann habe ich gesagt, äh, äh, wir sind falsch. Ja. Aber das ist so das Ausdekorierte. Wir haben hier zwischen den Gleisen viel Grün. Wir haben hier die Industrien, die direkt an den Gleisen gebaut sind. Dann haben wir hier natürlich die Steilwand und die Überführung, die Straßenüberführung. Dann, das hier sieht auch sehr interessant aus. Das Haus, wo unten ebenerdig ist und oben noch ein paar Stockwerke rausgucken. Ähm, ich habe nämlich am Anfang das Haus auf Straßenniveau gebaut und dann hast du einfach rechts und links diese riesen Hügel. Das sieht einfach furchtbar aus. Aber ja, wie man schon sieht, ich bin eher nicht so der Ausdekorierer. Ähm, ich bin dann wirklich eher der Gleisbauer. Was man hier noch sieht, hier haben wir eine offene Baustelle. Dazu bin ich leider noch nicht gekommen. Ähm, falls ihr gut seid im Ausdekorieren und falls ihr Lust habt, mir zu helfen, diese Map auszudekorieren, denn meine Zeit wird in nächster Zeit eher weniger werden. Ähm, würde mich freuen, wenn sich da eventuell jemand finden würde. Ähm, oder ob man überhaupt sowas als Kooperation machen kann. Das ist natürlich auch fraglich, weil man muss immer die Maps austauschen. Ja, aber wer ein bisschen Interesse hat, kann sich doch gern mal melden. Genau, das war sozusagen der ausdekorierte, für mich ausdekorierte Bereich des Düsseldorfer Hauptbahnhofs. Ja, ähm, kommen wir nun zu Duisburg. Da habe ich auch noch mal ein paar Sachen umgebaut. Und zwar habe ich den ADV rausgehauen und habe daraus auch die modularen Bahnsteige gemacht. Das hier ist noch ein Begrenzer. Ja, den muss man sich jetzt einfach nicht vorstellen, ähm, dass der da ist. Das ist einfach ein Begrenzer für mich. Auch die Halle, das ist natürlich die vom Schweriner Bahnhof. Die wird natürlich später, wenn der Mod, ähm, veröffentlicht wurde von dem lieben Motter, der noch, ähm, ja, der noch in Arbeit ist, ähm, wird natürlich das Bahnhofsdach auch noch umgebaut. Auch das Vorfeld wurde daraufhin etwas angepasst. Auch hier im Norden die Linienführungen. Äh, ich habe mir das Ganze noch mal auf Bahnhofstafeln.de angeschaut. Und, äh, wir werden jetzt einen deutlich besseren Durchfluss durch Duisburg haben, ähm, da sich die Züge, die von Essen kommen und die Züge, die von Oberhausen kommen, nicht mehr blockieren. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt, was mich immer hier in Duisburg sehr aufgeregt hat. Ja, in Duisburg, ähm, wurde dann hier unten noch ein bisschen ausdekoriert. Aber, gut, das, äh, ist natürlich die erste Stufe da davon. Mal gucken, wie es weitergeht. Die nächste große Baustelle wird für mich Oberhausen West sein, denn ich möchte diesen kompletten Güterbereich umbauen. Einerseits ist er mir, ähm, ja, er sieht nicht hübsch aus. Er ist nicht so, wie er in der Realität ist. Und er ist mir zu dicht am Hauptbahnhof. Ähm, deshalb wird das Ganze auf jeden Fall noch mal umgebaut. Auch waren das einer meiner ersten Stunden, sag ich mal, in Transportfever. Also, da ist, da wurde nicht drauf geachtet, dass die Weichen schön aussehen. Äh, da ist es nicht eben. Also, äh, ja, da ist viel nachzuarbeiten. Dann habe ich mich einfach entschlossen, den komplett abzureißen und neu zu bauen. Aber da werdet ihr dann in den nächsten Videos etwas drüber erfahren. Dann bin ich, äh, auch noch dabei, irgendwie herauszufinden, ob man die Flüsse, die es in Transportfever gibt, kleiner zu machen. Denn diese Brücke ist in echt vielleicht 40 Meter lang und nicht 400. Ja, also das sind die Relationen. Der Flüsse sind auch komplett daneben. Ähm, da bin ich dann noch mit einem Motter dran, ähm, der das eventuell umsetzen kann. Das wäre natürlich spitzenmäßig. So, dann hätten wir natürlich noch die größte Baustelle, die, ähm, in den letzten Tagen natürlich realisiert wurde. Und das ist, äh, Hagen Hauptbahnhof. Und ich muss wirklich sagen, Baustelle Hagen Hauptbahnhof ging über Vorhalle, Wetter und Witten tatsächlich bis hier oben dem Anschluss Langendreher. Das war die komplette Baustelle, ja, auch in südliche Richtung nach Hagen, Ennepetal und bis Schwellen wurde komplett neu gebaut. Also, wenn ihr euch das so grob, äh, geografisch vorstellt, das ist eine Riesenbaustelle gewesen. Das ging mindestens über zwei Wochen. Und, äh, ich bin aber mit dem Ergebnis wirklich sehr zufrieden. Die Gleisführungen sind hier in Wetter sehr realistisch nachgestellt. Auch hier mit diesem alten Bahnsteig, der hier jeweils am Ende noch dran ist. Ähm, hier die Erneuerung, was wir hier sehen. Das ist alles so, wie's Google Earth mehr ausspuckt, sag ich mal. Äh, hier kommt dann noch ein bisschen Industriegelände hin. Das wird aber alles nach und nach gebaut. Dann geht's natürlich von, äh, Witten weiter. An der Ruhr entlang. Ähm, die ganzen Unebenheiten werden natürlich noch ausgebessert. Da wird, äh, eine Straße verfolgen. Hier werden Städte entstehen. Das ist natürlich alles selbstverständlich. Aber das wird alles nach und nach selbstverständlich passieren. Dann haben wir hier den Haltepunkt Wetter. Dann geht's hier über die Ruhr nach Hagenvorhalle. Was auch überhaupt noch nicht fertig ist. Also das wird auch noch ein Projekt, das mindestens über zwei, drei Tage geht. Ähm, dazu muss ich mich aber erst mal selber überreden. Ähm, denn dazu braucht man sehr, sehr viel Zeit. Dann haben wir hier den Haltepunkt Hagenvorhalle und kommen dann auch schon über die ganzen Überführungsbauwerke nach Hagen Hauptbahnhof. Das ist, äh, mittlerweile, finde ich, auch einer der besten Bahnhöfe, die es jetzt hier auf der Map gibt. Einerseits, weil wir die Halbgleise drin haben. Das hat sehr viel Spaß gemacht, zu bauen. Und andererseits natürlich auch wegen, ähm, wegen der Überdachung und auch wegen dem ganzen Vorfeld, ähm, hat wirklich extrem viel Spaß gemacht, diesen Bahnhof zu bauen. Und das ist auch wirklich der erste Bahnhof, wo ich mir die Schienenwege auf Papier aufgezeichnet hab. Das ist jetzt kein Witz, weil ich hab mir überlegt, okay, wie machst du das mit diesen beschissenen Halbgleisen hier mittendrin. Und, ähm, ja. So ist die Lösung. Man sieht jetzt grad nicht viel. Hier kommt jetzt grad ein ICE reingefahren. Da können wir ja mal angucken. Genau. Also, ihr seid echt verrückt im Ruhrgebiet. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Normalerweise würden die jetzt genau hier in der Weiche, ähm, stehen bleiben. Aber weil diese Linie, wo diese ICE-T drauf fährt, ähm, auch noch ein ICE-1 beinhaltet, deshalb fährt der halt so weit vor. Aber normalerweise würden die Züge jetzt hier in diesem, in diesen zwei Gleisen drinstehen. Und das ist halt, hab ich jetzt so in Deutschland noch nie gesehen. Gut, dann geht's von Hagen hier über die nette Kurve und diese Unterführung. Geht's einerseits der Regionalbahn hier hinten weiter, das ganze Tal entlang. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, da wird nachher, denke ich mal, eine der schönsten Strecken draus. Denn ich hab eine Führerstandsmitfahrt gefunden. Und da kann ich mich austoben mit Assets, mit allem, dass es so realistisch wie möglich aussieht. Hier musste ich einen Kompromiss eingehen bei dem, bei diesem Haltepunkt bei Hagen-Weringshausen, ähm, aus dem Grund, weil sonst ein S-Bahn-Stau entstehen würde. Musste ich den leider zweigleisig bauen. Entschuldigt das bitte. Dann fahren wir hier weiter, so langsam Richtung Wuppertal. Hier haben wir dann noch, ja, die Nebenbahn, die dann später hier in diesem Straßentunnel unter Inepetal durchgeht. Das wird auch noch sehr, sehr viel Spaß machen, das zu bauen. Ich hab noch keine Ahnung, wie ich das realisieren soll. Aber ich freu mich schon drauf. Ich freu mich schon wirklich drauf. Hier haben wir dann die S-Bahn-Strecke. Hier sehen wir noch den alten Weg, den die Gleise gegangen sind. Ähm, es wurde alles ein bisschen angepasst. Es wurden leider Bahnhöfe ausgelassen, ja, wegen den Kartenverhältnissen. Es geht leider nicht anders, ja. Dann haben wir hier Enepetal, auch komplett als Kurvenbahnhof gebaut. Das war ja früher auch ein, äh, gerade Bahnhof. Das ist es aber in echt nicht. Deshalb alles schön so nachgebaut, wie es auch ist. Und dann hätten wir hier noch Bahnhof Schwellen. Und das war im Grunde die Großbaustelle Hagen Hauptbahnhof, die wirklich von hier oben losgeht und das Komplette hier an der Ruhr entlang und Richtung Wuppertal geht. Also wenn ich jetzt grob schätzen müsste, sind das vielleicht in echt 20 Kilometer. Ich weiß es nicht, ob ich mich da total überschätze, aber ich würde da echt grob sagen, dass es 20 Kilometer sind. Und, äh, genau, was wir auch nicht vergessen dürfen. Hier in Richtung Norden wurde natürlich auch alles komplett umgebaut. Hier haben wir den neuen Bahnhof, äh, Schwerte, wo hier noch den Riesenbüterbereich dazu kommt. Aber da muss ich mich dann auch wieder natürlich logischerweise dazu überreden erstmal. Mehr ist in den letzten Wochen nicht entstanden. Das ist jetzt mal so grob der Überblick. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich würde mich über ein Feedback von euch freuen. Ansonsten, macht's gut, schönen Tag noch, bis zum nächsten Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ciao.